Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Es ist unglaublich warm draußen, deshalb gibt es heute mal ein kleines Praxisvideo und zwar zeige ich ein paar Trades, die ich während der Bankenkrise gemacht habe. Man konnte auch während der Bankenkrise auch ein paar Euros dazu verdienen und zwar mit Optionen. Alles weitere gleich im Video bleibt also dran. Es wird super spannend. Bis gleich. Jo, ich finde dieses Jahr ist wirklich das Jahr der Optionen. Damit kann man wirklich sehr gut Geld verdienen. Es gibt natürlich unzählige Optionsstrategien auch. Ich versuche so einfach wie möglich das Ganze zu handhaben. Und ich habe auch keine reine Optionsstrategie, sondern ich mache eine Mischung aus dem Aktiendepot, wo ich long bin und einfach als Add-on noch Optionen, wo ich so ein bisschen extra Rendite erwirtschaften möchte. Das ist für mich das Beste. Zumindest bin ich aktuell der Meinung, aber es gibt da wie gesagt unzählige andere Strategien. Es gibt auch reine Optionsstrategien. Ich finde natürlich, wenn man eine reine Optionsstrategie erfährt, dann muss man natürlich auch schauen, dass man ähnliche Renditen oder eigentlich bessere Renditen schafft, wie wenn man einfach im Aktienmarkt direkt investiert ist. Und das finde ich nicht ganz so einfach. Da gibt es natürlich Leute, die schaffen das. Allerdings, da muss man dann schon auch ganz schön was wissen dazu. Und deshalb tue ich es einfach einfach handhaben. Ich habe einfach Aktien, wo ich einfach dann long-end bin und verkaufe dann nebenbei noch ein paar Optionen. Dann reiht so auch meine Marge nicht wirklich aus. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und so kann man dieses Jahr eigentlich die ganzen Trades sehr gut managen, weil diese Aktien zwar seitwärts laufen, auch teilweise mit einer größeren Schwankungsbreite, aber nie so, dass es nicht handelbar ist. Und ich hatte ja auch ein Video dazu gemacht, zu der Bankenkrise, wo ich gesagt habe, die Banken sind sicher, also zumindest für dieses konkrete Problem. Und ich habe eben nicht nur das Video gemacht, ich habe auch ein paar Auktionen verkauft, weil ich mir eben sicher war, dass nach dem ersten initialen Abverkauf eine weitere Abverkäufe mehr kommen sollte. Und so ist ja auch dann passiert. Ich verkaufe in der Regel dann einfach nur Short Puts. Das ist schon die einfachste Strategie, die es eigentlich im Bereich Optionen gibt. Und ich erkläre jetzt, bevor wir da konkret in die Trades einsteigen, nochmal ganz kurz, wie überhaupt eine Put-Option funktioniert, so dass alle dabei sind, die sich vielleicht mit Optionen noch nicht näher beschäftigt haben. Also schauen wir uns erstmal an, wie funktioniert eine Put-Option. Die meisten Charts von diesen ganzen Finanzwerten, die sahen ja alle irgendwie gleich aus. Die liefen irgendwie so seitwärts und dann ging es runter und dann haben sie sich auch wieder beruhigt. Und gerade so ein Chart, der ist natürlich auf den ersten Blick für einen Short Put eigentlich relativ gut geeignet. Das Problem ist, man kennt natürlich nicht die Zukunft. Aber angenommen, man würde jetzt hier zum Beispiel einen Short Put verkaufen. Wo würde man den legen? Den würde man irgendwo hier darunter legen, wenn man einfach davon ausgeht, dass der Wert nicht weiter fällt. Beim Put ist eben so, es ist eine Abnahmeverpflichtung. Also wenn man einen Put verkauft, dann verpflichtet man sich, 100 Aktien abzunehmen zu einem festen Preis. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das wären 45 Dollar hier. Also hier wären 45 Dollar. Dann müsste man 45 Dollar garantiert eben dafür bezahlen. Aber diese Abnahmeverpflichtung, die gilt eben nur eine gewisse Zeit. Und je länger diese Zeit dann ist, bekommt man auch mehr Prämie, weil man muss das nicht umsonst machen. Man bekommt einfach ein bisschen Geld dafür. Könnte man es einfach mal annehmen. Man bekommt 5 Dollar Prämie für diesen Put hier, wenn man den hier verkauft. Und dann kann man es ja leicht ausrechnen, wann wäre man dann ein Verlust. Also wenn jetzt tatsächlich diese Achse nicht so seitwärts laufen würde, sondern wirklich hier nach unten durchgehen würde, dann wären wir natürlich im Verlust erst bei 40 Dollar, weil man hat ja diese 5 Dollar Prämie bekommen. Also 45 minus 45 sind dann 40 Dollar. Und nur dann wären wir wirklich ein Verlust. Und im Idealfall passiert das natürlich nicht. Der Kurs bleibt über diesen 45 Dollar oder zumindest im Range zwischen 40 und 45 Dollar. Dann ist der Gewinn nicht ganz so hoch. Aber wenn er quasi über 45 Dollar bleibt, dann hat man natürlich diese ganze 5 Dollar Prämie für sich allein. Und bei 100 Aktien sind es eben 500 Dollar Einnahmen dann. Und diese Prämie, die hängt eben von drei Faktoren ab. Zum einen von der Zeit. Wie lange gibt man diese Garantie? Wie nah ist man am tatsächlichen Kurs? Und der dritte Faktor, das ist ein sehr wichtiger Faktor, das ist die implizite Volatilität. Es gibt die zukünftige Schwankungsbreite an. Also wenn eine hohe Unsicherheit im Markt ist, dann ist diese Schwankungsbreite natürlich sehr groß, beziehungsweise der Markt nimmt an, dass die Schwankungsbreite beide sehr hoch sein wird. Und deshalb muss man dann auch mehr dafür zahlen. Und klar, bei so einem direkten Abverkauf ist es natürlich so, dass die implizite Volatilität dann sehr groß ist. Also so ganz grob wie Optionen funktioniert. Und eine Put-Option ist eben die Abnahmeverpflichtung. Und eine Call-Option ist genau das Gegenteil. Da würde man einen Preis garantieren, wo man 100 Aktien dann, zu denen man 100 Aktien dann verkauft. Ein wichtiger Punkt ist noch, derjenige, wo die Option kauft, der kann sie bei Aktienoptionen jederzeit ausführen. Das heißt, er kann jederzeit sagen, und du musst mir jetzt diese Aktien dann auch abnehmen. Das wäre mir vielleicht, dass es mir auch tatsächlich passiert. Aber das ist auch überhaupt gar kein Problem, wenn das passiert. Das kann man dann auch in der Regel sehr, sehr gut managen. Und ich denke mal, ist jedem klar, dass solange die Aktienkurse nicht zu große Bewegungen machen, also, dass die jetzt hier nochmal wirklich so ganz krass, so ganz krass hier abverkaufen. Solange das nicht vorkommt, kann man in der Regel diese ganzen Trades auch ganz gut managen. Also, soweit zu Put-Optionen. Und noch, es gibt so eine Regel, dass man allgemein, egal ob es jetzt Put- oder Call-Optionen sind, dass man jetzt bei einem Verlust von circa 200% rießen sollte. Das wäre jetzt ein Beispiel, da hat man ja 5 Dollar Prämie, dann wären 200% 15 Dollar. Das heißt, bei 40 Dollar sollte man spätestens dann den Trade erschließen und einfach den Verlust realisieren. oder eben dann, ja, das ist eine andere Möglichkeit, die Option rollen. Man könnte dann einfach weiter unten eine weitere Option verkaufen und damit versuchen, dann seinen Verlust ein wenig zu minimieren. Also, soweit zur Option. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Schauen wir uns jetzt das ganz konkret an, was ich da jetzt gemacht habe bezüglich diesen ganzen Finanzwerten. Konkret schauen wir uns wirklich mal an die Trades, die ich bei Charles Schwab gemacht habe. Hier sehen wir den Kurs von Charles Schwab. Und zu dem Zeitpunkt sah natürlich der Kurs noch ein bisschen anders aus, weil hier hat man jetzt natürlich die ganze Historie mit drin. Zu dem Zeitpunkt sah das natürlich irgendwie so aus. Das heißt, man hatte diesen krassen Abverkauf, aber man hatte hier schon dann einen Bounce gesehen bei ungefähr 45 US-Dollar. Und wie gesagt, aufgrund meiner Analyse bin ich relativ sicher gewesen, dass es zu keinem weiteren Abverkauf mehr kommt. Und deshalb habe ich wirklich am 13. März hier bei 45 US-Dollar einen Put verkauft. Und der lief auch wirklich super. Schauen wir uns das an in den Kontoauszügen. Hier sieht man den Trade. Ich habe hier einen Put verkauft mit Strike-Preis 45 Dollar. Laufzeit Ende 31. März. Und verkauft habe ich eben diesen Put am 13. März. und es gab tatsächlich 4,90 Dollar pro Aktie. Das heißt, insgesamt 4,90 Dollar Prämie. Und ich musste diese Option aber auch nur ein paar Tage halten. Ich habe die zurückgekauft am 16. März für einen Preis von 76 Cent pro Aktie. Das heißt, nur 76 Dollar musste ich dann dafür bezahlen. Das heißt, ich habe über 400 Dollar Gewinn gemacht. Das ist natürlich der Idealfall. Das kommt selten vor. Aber manchmal hat man auch solche Treffer. Und das ist natürlich dann auch immer ganz schön, wenn man nur ein paar Tage in dem Trade drin ist. Später habe ich dann noch Put-Optionen verkauft mit einem Strike-Preis von 55 Dollar. Und hier sieht man schon, hier gab es auch weniger Prämie dann. Also hier nur 3,50 Dollar. Beziehungsweise hier habe ich nochmal einen, 50er Strike, 3,55 Dollar. Aber mit deutlich längeren Laufzeiten. Also hier habe ich zum Beispiel am 16. März verkauft, aber Laufzeit Ende 21. April. Das heißt, ich muss jetzt schon auch mehr Zeit noch mitgeben, um überhaupt entsprechend diese Prämie zu bekommen. Allerdings, das mache ich aktuell lieber, dass ich mir lieber mehr Zeit mitgebe und dann mehr Risikopuffer habe, um dann den Trade dann einfach besser zu managen. Aber die haben ganz gut funktioniert. Und man sieht, ich habe hier für 73 Cent pro Aktie zurückgekauft. Und hier für 74 Cent pro Aktie. Also auch hier waren alle Trades eigentlich ein Treffer, die eigentlich sehr, sehr gut gelaufen sind. Ich zeige jetzt noch ein Beispiel, was nicht ganz so gut lief, aber trotzdem am Schluss dann auch im Gewinn geändert ist. Das ist mal an dem Depot von mir. Hier sieht man auch einen 55er Put mit Laufzeit Ende 19. Mai. Ich habe den verkauft am 23. März. 4,60 Dollar pro Aktie dafür bekommen. Und der wurde mir zugeteilt. Und zwar logischerweise bevor dann die Option ausgelaufen ist. Hier hat auch jemand einfach spekuliert darauf, dass es jetzt mit Charles Schwab nach oben ging. Und das war am 11.05. Also da war schon auch noch Zeit, bis die Option tatsächlich ausgelaufen wäre. Das kommt schon dann ab und zu vor, dass jemand von seinem Recht eben Gebrauch macht. Aber da braucht man eigentlich keine Angst haben, wenn man seine Marge nicht ausgelastet hat. Dann bekommt man die einfach zugeteilt. Wenn man nicht genug Dollars auf dem Konto hat, dann hat man einfach einen Kredit beim Broker. Versucht dann schon relativ schnell, diese Dollars dann auszugleichen. Weil man muss dann halt auch Zinsen dafür bezahlen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Aber erstmal passiert da gar nichts. Man hat ja auch den Gegenwert von den Aktien. Und wenn jetzt die Aktien nicht durchrauschen nach unten, dann ist das ja 1 zu 1. Von dem her ist das erstmal kein Problem. Und ich bin aber auch damals der Meinung gewesen, dass die Aktie sich erholen sollte. Deshalb hatte ich damals einfach die Entscheidung getroffen, ich warte jetzt bis zum 19. noch. Also zu diesem Zeitpunkt, wenn die Option theoretisch ausgelaufen wäre. Und dann entscheide ich, was ich mit der Position mache. Verkaufe ich sie direkt? Verkaufe ich einen Call? Oder setze ich einen Trading Stop oder sowas rein? Also wenn die Aktie jetzt wirklich nach oben gestiegen wäre, wäre natürlich vielleicht ein Trading Stop auch sinnvoll gewesen. War nicht der Fall. Die haben am 19. dann einfach einen Call verkauft. Das heißt, ich garantiere einen Verkaufspreis von 52 US-Dollar. Der wurde dann auch wirklich ausgeführt. Das heißt, ich habe meine Aktien dann für 52 Dollar verkauft. Und jetzt kann man mal zusammenrechnen. Also mein Einstandskurs war ja im Endeffekt 55 minus 4,60 Dollar. Das heißt, mein Einstandskurs war bei 50,40 Dollar. Verkauft habe ich sie für 52 Dollar. Das sind ja dann schon mal 160 Dollar Gewinn. Plus es gab natürlich auch Prämie für den Call. 86 Dollar. Das heißt, 246 Dollar Gewinn dann insgesamt für diese zwei Trades im Endeffekt. Also man sieht schon auch, wenn es nicht optimal läuft, wenn aber die Aktien in einem gewissen Range bleiben, gibt es viele Möglichkeiten, was man da machen kann, um dann diesen Trade trotzdem, sage ich mal, so einen Gewinner-Trade zu machen. Die andere Option wäre eben diese besagte Möglichkeit des Rollens gewesen. Das hätte ich tatsächlich gemacht. Aber dadurch, dass die so früh wieder zugeteilt wurde, hatte ich dann einfach die Option dann über den Call gewählt. Also soweit zu diesen Trades, die ich gemacht habe. Und insgesamt habe ich auch mit den Trades von Societ General und BNB-Pare, was ungefähr 2300 Euro damit verdient. Es gab keinen Verlust-Trade da dabei, dass den Trade, den wir gerade da angeschaut haben, war der, der am problematischsten war. Alle anderen waren dann eigentlich sehr, sehr gut. Und 2300 Euro ist gar nicht so schlecht, finde ich. Das muss man einfach mal zum Beispiel auf ein 100.000-Euro-Depot sehen. Denn es werden immerhin 2,3 Prozent Rendite zusätzlich auf das Portfolio. Und so macht das für mich einfach mega Sinn, dass man sich so ein bisschen extra Rendite oder ein bisschen extra Cashflow sich über Optionen dann generiert. Und wie gesagt, dieses Jahr funktioniert super und man muss eben auch wissen, warum man auch die Optionen verkaufen kann. Im Falle der Banken war es einfach diese fundamentale Einschätzung, dass das kein größeres Problem in den nächsten Monaten wird. Ich werde keinen weiteren Trade in der Richtung aufmachen. Für mich ist das Thema hier abgeschlossen, weil ich eben überhaupt gar nicht weiß, welche anderen Zeitpunkte es in diesen Bankbilanzen geben kann. Ich werde auch diese Aktien kaufen. Gar kein Fall. Sieht man halt, die dümpeln ja immer noch irgendwo alle rum. Aber es war einfach eine schöne Möglichkeit, wo man einfach sein Wissen ausnutzen konnte und damit ein paar Euros verdienen konnte. Und so gibt es immer andere Möglichkeiten aktuell am Markt, wo man eigentlich, finde ich, ganz gut Geld verdienen kann. Ganz speziell eben mit Optionen. Und mit Optionen kann man natürlich auch im Rohstoffbereich sehr gut handeln. Also von dem her gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man sich entwickeln kann. Jetzt fragt sich der eine oder die andere, ey, wann soll man denn mit Optionen einsteigen? Also meine Meinung ist dazu, man sollte erstmal mit Einzelaktien anfangen, da erstmal ein Depot aufbauen. So, sage ich mal, bis 25.000 Euro. Und wenn man da mal Einzelaktien im Depot hat, dann kann man sich mal überlegen, vielleicht ein weiteres Depot aufzumachen bei einem Broker, wo man eben auch überhaupt Optionen handeln kann. Weil die meisten deutschen Broker bieten das gar nicht an. Die meisten Leute, die Optionen handeln, werden wahrscheinlich bei Interactive Brokers und Konsorten sein. Ich bin persönlich bei LYNX Broker. Das hat einfach den Grund, dass ich deutsche Ansprechpartner haben möchte bei meinem Broker. Es gibt aber auch noch andere Reseller von Interactive Brokers wie CapTrader. Die sind auch alle völlig okay. Also da könnt ihr euch irgendeinen nach Belieben aussuchen. Ich gebe hier keine Empfehlung ab. Genau, und dann kann man da einfach mal langsam anfangen und da ein zweites Depot aufbauen, wo man dann vielleicht auch einfach ein paar Optionen handelt. Und dann geht es einfach los. Und wie gesagt, das ist eine super Möglichkeit, aus meiner Sicht, sich ein bisschen extra Rendite zu verdienen. Wir haben auch schon überlegt, theoretisch, also ich fahre ja die Strategie mit Aktien plus Optionen. Aber wenn jetzt jemand sehr viel Geld hat und sagt, er möchte eigentlich ein Portfolio haben, wo ein bisschen Rendite macht, aber wenig Spankungen, Schwankungen, dann wäre jetzt auch aktuell es ja möglich, sich zum Beispiel kurzlaubende Anleihen zu kaufen, wo man dann so 3, 4, 5 Prozent bekommt und die noch ein bisschen mit Optionen hebeln, dann sollte es eigentlich möglich sein. Zumindest wäre ich das so, dass man ein Portfolio schafft, das fast keine Schwankungen hat, aber doch gar nicht so schlechte Rendite erwirtschaftet. Das wäre jetzt eigentlich wieder möglich, weil es ja auf Anleihen wieder ganz gut Zinsen gibt. Also das wäre eine andere Herangehensweise an das Thema. Jeder muss sich auch wirklich so sein System da überlegen, wie er dann diese Instrumente spielt. Aber es lohnt sich, sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen. Das soll es erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.